Oh, da fliegt doch eine ganze Horde Yaks unter mir. Dass mal keine 20er Seife wert ist. Dass mal keine 20er Seife wert ist. Dass mal keine 20er Seife wert ist. Ich sehe einen Kontakt auf Ostkurs unten. Ich drehe gerade auf ihn ein. Der ist relativ tief, aber je nachdem, wenn das jetzt ein Jäger ist, der gerade gescharrt ist, macht der vielleicht Höhe jetzt. Siehst du mich? Ich bin hinter dir. Du bist in der Lisa, ne? Genau. Wo ist der Penner denn? Oh ja, ich sehe. LR5. Der da unten? Okay. Ich gebe dem mal, ich gehe dem mal an. Mach das. Oh, das ist auch hier ein Fall, ne? Ja, sicher. Seh dich gerade gar nicht mehr, aber doch, ich bin knapp hinter dir. Er ist weg. Ja, ich glaube, Ende Blende. Ich steig in der Gieser wieder hoch. Ah ja, hinter dir. Ah ja, hinter dir. Äh, Kontakt der Elfo niedrig. Ja, sehe ich auch. Seh ich auch. Ich warte mal ab, ob der jetzt landet. Kein Bock jetzt über das Elfie zu fliegen, das ist in der Fall ein Feind. Wenn der jetzt abdreht, dann ist der dran. Das ist das Feindlichse Elfie da unten. Genau. Oder rollt auch was. Ja, der überfliegt sehr viel gerade. Sollen wir da einfach angreifen? Ja. Ja. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich einen Landeanflug gehen. Er wird jetzt über eine weitere Rolf gehen. Ich glaube, ich gehe dir mal an, wenn er jetzt den Gegenanflug geht, weißt du? Ja. Ich auch. Der Flagg schießt. Der steht's drauf. Ja. Da sind sogar zwei. Oh ja. Ich nehme den weiter hinten. Ja, du hast nicht was passiert. Hinter dir. Oh ja. Du hast jetzt geschossen, ne? Ja. Stadbügel ab. Inster Sicht. Ja, ja, ja. Ich gehe mit. Mir folgt, glaube ich, einer nach oben. Äh, jiii. Ja, ja. Oh ja, 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 ja. Drückt mal nach Osten runter, wenn du kannst. Äh, nach Westen. Komm rum. Ah, nee, da steigt gerade ein anderer hoch. Hinter dir, glaube ich. Ich steige mal mit. Nee, es sind zwei hinter dir. Oh ja, ja, oh fuck. Ja, ja, ja. Geh, ich drück an. Hab'n Zersicht. Schön. Oh, go. Zwei hinter dir jetzt. Ja, ja, ich seh's. Die kommen beide nicht ran. Vielleicht sollten wir erst mal ein bisschen uns aus dem Staub machen. Über der Flagg kämpfen ist nicht so geil. Ich zieh mal nach Westen. Ich bin auf deiner 3 Uhr jetzt. Leicht unterhalb. Einer, der ist gerade abgedreht zurück. Einer dreht gerade unter mir lang. Die Flagg kommt dir gefährlich nah. Ich würde ein bisschen anrücken an deiner Stelle. Nee, auf mich schießt hier gerade gar nichts so wirklich. Und so überfliegt ein Jäger. Deine Sienge hoch. Ja, der wieder war auch geflaggt. Kriegt aber auch geflaggt. Ja, okay, ja, klar. Ich mach' mal wieder Höhe. Das war jetzt wieder viel zu knapp alles. Ach, ja, ja. Ah, die schwirren da unten jetzt alle so lecker rum. Ja, ja, ja. Guck mal, wie gesagt, wenn jetzt einer verpennt, dann können wir den da schön rauspicken. In der allgemeinen Panik. Ja, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen nach Überroll. Ich geh jetzt hier in den Orbit in den Flughafen rumrum. Ja, ich guck' hinter dir rein. Ja, ich seh' dich. Siehst du die noch, die uns da gerade gehakt haben? Ja, die sind, glaub' ich, so ein bisschen wieder in Richtung R4 und Kreisender jetzt. Ja. Oh, auf unserer, zu unserer Linken, ja, feindlicher Jäger, links unterhalb. Oh, ja. Ich zieh' den mal. 16. Ja. Neu. Hat draufgekommen. Oh, ja, ist weggekippt. Oh, ich glaub' der ist weg. Ne, ne. Na, er trudelt nur so ein bisschen, okay. Und rum. Oh, da ist noch ein zweiter, Vorsicht. Ein zweiter Jäger hoch. Stürzt durch, dir hängt was. Wow. Zieh' noch besser, wenn's geht. Ja, jetzt muss ich grad' nach Osten ziehen, gegen Jannas. Oh, ich bin ihn los geworden. Ja, ich seh' euch. Ah, hier ist wieder mächtig was los jetzt. Bist du an Deck gerade? Ja. Ich zieh' grad' wieder ganz langsam hoch. Ja, ich stürz' den letzten mal an. Ach, ich seh' dich. Ich stürz' grad' den Päder hinter mir an, ne? Ja. Bist du grad' weggezogen? Ne, ne, ich stürz' immer noch auf einen. Auf die 16. Okay, ich zieh's hoch, Vorsicht. Bleib' dann auch direkt schnell. Ja. Die mit dem... Oh, ja, mir schießt was hinterher. Der E16 hat draufgegeben. Glaube ich zumindest. War das der, der jetzt noch nicht geschossen hat gerade? Ne, das war eine an Deck. Eine Jagd hat gerade noch was abgelassen. Bist du in der Lisa? In der Rolf. Ah, ja, ja, okay, die Jagd hat abgelassen von dir. Ist jetzt runtergegangen. Ist hinter mir jetzt. Also, äh, nicht irgendwie gefährlich, aber der schwingt gerade runter. Wieder bis zum Fluss, bis zum West. Ja, unter dir steigt, glaub' ich, immer noch was nach. Ja? Du warst noch auf meiner Höhe gerade in etwa, ne? Ja, ungefähr. Dann muss das der dritte gewesen sein. Ah, ja, ich seh's. Ja, genau. Das ist noch ne Jagd irgendwie. Ja, ich stütz gerade auf den runter. Ah, da sind zwei sogar. Ja, er zieht weg. Okay, ich bin auch wieder rum. Ich hätte schwirren können, aber noch ne LR5 im Mix. Ich weiß nicht, wie die gelandet ist. Du ziehst gerade auch wieder rauf, ne? Ich, genau, in der Lisa. Ah, ne, der, der jetzt gerade hoch geht, ist ein Feind. Oder gehst du gerade hoch senkrecht? Ich geh gerade senkrecht. Ja, der zieht, glaube, mir, glaube ich, hinterher. Ja, dann... Oh ja. Ich geh'n an. Ich glaube, ich krieg' ihn. Ja. Er hat ordentlich immer wieder verwämst. Ja, der ist noch halt jetzt... Ich sehe ich, glaube ich, sogar. Das war jetzt nicht angeschlagen, aber... Ich ziehe dir jetzt nach. Ja, ja. Ey, wie der mir halt hinterherkommt. Über den hat... Ja, der kann mir halt hinterherziehen. Obwohl wir den mir so die Flügel zerwichst haben und alles, weißt du? Wow! Äh. Das... Du bist ja ziemlich reingerannt. Ja. Dann bleib's natürlich semi-klug irgendwie. Ja, das... War nicht so gut. Schön, dass er den Abschluss kriegt. Ist auf jeden Fall fair. Ja, horridor. Ja.